Ich begrüße euch ganz herzlich zur Tagesbotschaft für den 15. Mai. In dieser Woche gibt es jeden Tag eine Botschaft aus dem Kartendeck Seelenreich. Sie soll dich einfach durch den Tag begleiten. Heute haben wir die Botschaft bekommen, sei über die dunklen Tage des Lebens erhaben. Kämpfe nicht, sondern vertraue, das Licht kehrt immer zurück. Also wenn du jetzt vielleicht heute oder schon seit längerem dunkle Tage hast, sollst du heute die Botschaft bekommen, dass du nicht kämpfen sollst, sondern darauf vertrauen sollst, dass das Licht immer wieder zurückkehrt. Auch wenn es vielleicht jetzt sehr schwierig ist, daran zu glauben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.